Berlin, Tag-Nacht-Vorschau für Folge, 2362, Einsame Herzen Piet braucht einen Hundesitter für Ingeborg, und Ole ist sofort zur Stelle. Frohen Mutes macht er sich mit dem Vierbeiner auf einen Spaziergang und läuft prompt einer heißen Werkstattkunden über den Weg. Ole will sie anflirten, blitzt aber leider eiskalt ab, weil die Lady Angst vor Hunden hat. Doch so leicht gibt er nicht auf. Er bindet Ingeborg einfach irgendwo an und hechtet seiner Traumfrau hinterher. Und tatsächlich, diesmal hat er Erfolg. Berlin, Tag-Nacht-Vorschau für Folge, 2363, Hirn aus, Party on. Paula freut sich wahnsinnig auf die erste Nacht mit Joe in der Hütte. Leider ist es schwer, das Ganze vor Joe geheim zu halten. Und so kommt es, wie es kommen muss. Gerade als sie die traute Zweisamkeit genießen, taucht Ole auf, der sie verfolgt hat. Joe macht seinem Kumpel klar, dass er das Weite suchen soll. Doch als Ole mitten in der Nacht dann wieder vor der Hütte steht, hat selbst Paula erbarmen und überzeugt Joe, ihm Asyl zu gewähren. Ansonsten.